Biologieunterricht in der 10. Klasse. Das Thema Klimawandel. Ziel der Unterrichtsstunde ist, dass die Schülerinnen und Schüler Fachwissen zum Klimawandel erwerben. Daraus sollen sie eigene Handlungsmöglichkeiten für den Klimaschutz erarbeiten. Für diese Unterrichtsstunde hat die Lehrerin zwei Computersimulationen und eine Webseite zur Berechnung des CO2-Fingerprints ausgewählt. Mit diesen können die Schülerinnen und Schüler die grundlegenden Prozesse der Photosynthese wiederholen, die Auswirkungen des Treibhauseffekts auf das Klima nachvollziehen und die eigene CO2-Bilanz analysieren. Sie arbeiten in Gruppen an drei Stationen. Die Gruppen erhalten von der Lehrerin einen Leitfaden in Form eines Themenblatts. Es führt sie durch die Stationen. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich die faktischen Hintergründe zum Klimawandel und überlegen, welche Maßnahmen im alltäglichen Leben dazu beitragen können, dass der CO2-Verbrauch gesenkt werden kann. Die Lehrerin unterstützt bei der Anwendung der Simulationen, gibt Hinweise und stellt Rückfragen. Warum Simulationen im Biologieunterricht? Aus fachdidaktischer Sicht hat die Verwendung von Simulationen im Biologieunterricht immer dann einen Mehrwert, wenn das reale biologische Phänomen nicht oder nur schwierig zugänglich ist. Besonders bei nicht sichtbaren biologischen Prozessen, beispielsweise der Photosynthese bei den Pflanzen oder auch bei biologischen Phänomenen, die erst über einen längeren Zeitraum der Beobachtung ersichtlich werden, wie etwa die Auswirkungen des Treibhauseffekts auf das Weltklima. Simulationen sind dynamische Abbildungen von realen biologischen Phänomenen. Im Gegensatz zu Animationen oder multimedialen Präsentationen können bei Simulationen die jeweiligen Parameter verändert und die Folgen der Veränderung analysiert werden. Das fördert ein hohes Maß an Interaktivität. Simulationen bilden zugrunde liegende naturwissenschaftliche Realitäten ab und helfen als Denkmodelle bei der Vorstellung von originalen biologischen Gegebenheiten. Durch die Verwendung von Simulationen können biologische Zusammenhänge besser verstanden und vernetztes Denken angeregt werden. Als virtuelle Modelle bzw. virtuelle Experimente tragen Simulationen somit zur naturwissenschaftlichen Bildung bei. Einerseits durch den Erwerb von Fachwissen und andererseits durch den Aufbau eines grundlegenden Wissenschaftsverständnisses, also die Ableitung von Hypothesen über Systembeziehungen und die Überprüfung dieser Hypothesen. Simulationen können somit auch als Ergänzung zu real durchgeführten Experimenten gesehen werden. Und was sagt die Lehr-Lern-Forschung zum Einsatz von Simulationen im Unterricht? Damit die Schülerinnen und Schüler sich gut zurechtfinden und nicht nach dem Prinzip Versuch und Irrtum mit den Simulationen arbeiten, ist es notwendig, dass Simulationen stets in ein didaktisch sinnvolles Gesamtkonzept integriert werden. Empirische Studien haben gezeigt, der Einsatz von Simulationen in problemorientierten Lernumgebungen führt zu besseren Lernergebnissen, als wenn die Simulationen nur zur Veranschaulichung eingesetzt werden. Simulationen bzw. virtuelle Experimente eignen sich demnach besonders für einen problemorientierten Unterricht oder für Lernumgebungen, in denen forschendes Lernen vorgesehen ist. Typisch für problemorientierte Lernumgebungen ist, dass die Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden können, auf welchem Weg sie zu einer Problemlösung gelangen. Wichtig aber auch, die Komplexität und Vielschichtigkeit von Simulationen sind für Schülerinnen und Schüler nicht immer sofort erfassbar. Das kann zur Überforderung führen. Eine gute instruktionale Unterstützung durch die Lehrkraft ist daher unabdingbar. Eine solche Unterstützung kann dabei auch unterschiedliche Wege nehmen. Die Lehrperson kann in die Bearbeitung der Problemstellung einleiten. Sie beleuchtet unterschiedliche Facetten des Themas, führt diese erst in einem zweiten Schritt zusammen. Die schrittweise Heranführung an die Problemstellung gelingt in unserem Beispiel auch durch die drei unterschiedlichen Stationen. Jede Simulation lässt die Schülerinnen und Schüler einen anderen Teilaspekt des Klimawandels beleuchten. Die Schülerinnen und Schüler werden somit bei der Erkundung der unterschiedlichen Variablen zum Klima geleitet. Eine andere, weitreichend erforschte Möglichkeit zur Unterstützung ist das sogenannte Scaffolding. Das heißt, Lehrende stellen strukturelle Hilfen und Werkzeuge zur Verfügung, welche die Schülerinnen und Schüler eigenständig, je nach Vorwissensstand, nutzen können. Scaffolding ist also eine Form der instruktionalen Unterstützung, die ein stützendes Gerüst bildet, hier etwa durch die Leitfragen im vorbereiteten Themenblatt. Daneben können auch gezielte Hinweise, sogenannte Prompts, die Schülerinnen und Schüler beim Lernen unterstützen. Nachdem die Schülerinnen und Schüler mit den Simulationen und der Webseite zum CO2-Fingerprint gearbeitet haben, sollen nun auf Basis der gewonnenen Kenntnisse zum Treibhauseffekt und zu grundlegenden biologischen Prozessen zur Photosynthese sowie zur CO2-Bilanz klimaschutzgerechte Handlungsweisen gesammelt werden. Die Schülerinnen und Schüler beraten sich zuerst in ihren Gruppen und tragen dann ihre Vorschläge für klimaschutzgerechtes Handeln im Alltag in einer gemeinsamen Mindmap zusammen. Wichtig dabei ist, dass die Schülerinnen und Schüler ihr zuvor erworbenes Wissen anwenden, ihr Wissen also in ihre Überlegungen einfließen lassen und die Stichpunkte in der Mindmap in Beziehung zueinander setzen. Die Schülerinnen und Schüler begründen somit auch ihre Vorschläge zum klimaschutzrechtlichen Handeln im Alltag mit biologischem Fachwissen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020